Wer keine Juwelen hat, der sucht sich welche. Knapp ein halbes Jahr konnten sich Jack und Joan von der Jagd nach dem grünen Diamanten erholen und noch dümpeln sie auf einer Yacht vor Nizza. Und noch ahnen sie auch nichts von den Sandstürmen und Kerkern im gastlichen Nordafrika. Hier sind Kathleen Turner, Michael Douglas und Danny DeVito auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil.